Willkommen zu einer weiteren Runde, BoAla, zusammen mit Dalu, Liquid und Katze! BoAla! Wieder die schlechte Seite. Diese schlechte Seite? Die andere AC ist schneller als A. Ja, aber das hier ist die Endgame Seite. Oh. Ja, geht gleich weiter. Ja, das ist einer ausgeflogen. Die Seite ist die Seite geiler. Wenn du A hast. Weil du von oben den Kometen auf B schreitst. Das war einer der Plastischleute. Hier kommt so A hoch. Ich geh nach C. Haben wir überhaupt noch eine A? Das ist gar keiner da geflogen. Hey, das wollte ich machen! Tja, jetzt hab ich's gemacht, besser. Lern halt zu spielen hier! Hallo! Oh, jetzt wollte ich eigentlich resten, aber da oben der Typ ist gerade da. Okay. Ripped. Ich bin direkt tot. Der Assassine von denen hat mir mit einem komischen Attack Move halbe Linger gezogen. Was auch immer das war. Sehr schön. Oh. Ja, ist wieder eine A. Ja, den hast du jetzt. Nein, der ist Enrage. Können wir ihn damit jetzt noch wegballern? Ja. Ja. Jetzt ist er drunter. Ja. Entschuldigung. Da ist noch einer. Noch einer. Ja. Schild kommt. Hat den ersten Hit. Ist das schön. Soll ich direkt unterstützen oder willst du so los? Ne, ne. Mach ruhig. Das war ich. Das war's. Der zweite Hansi, der hier rumschwirrt, wo ist der jetzt hin? Null. Wie soll's ich mein Stil? Ah, ich räume auf. Ich stell mich mal mit in C rein, damit er... Aua! Hallo! Mich soll nicht wegräumen! Ja. 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 Du hast einen roundhouse kick. Der kann ich nix machen. Jetzt bin ich mir mal wieder hier. Wo sind meist Schaden gemacht. Du hast alle mich nicht gestorben. Ja, nachdem du mich da voll weggefloppt hast. Warte, ich muss hier. Ich glaube, es geht los. Drei Leute von A. Ich geh. Ja, hoch. Wir müssen die Line in der Mitte pushen. Ich steh grad nicht ganz, wie ich gestorben bin. Fuck! Fuck! Ich hatte den richtigen Block, aber irgendwie... Hat er nicht geblockt. Nein. Bin bloß. Ab 10. Jetzt haben wir alle Zonen gerade gleichzeitig verloren. Wollt B grade? Ja, wir kriegen aber B. Nein, wir kriegen nicht B. Da belebt einer wieder. Scheiße, ich seh diese Meucheltante die ganze Zeit nicht. Hier ist ne Meucheltante unterwegs? Nein! Ich hab doch selbst mitgehen geblockt. Vorsicht, da kommt einer von hinten rein gerannt. Wo brauchst du Hilfe? Bei B. Ja, da bin ich ja gerade. Ich bin down. Oh ne, hat natürlich fast nicht den Schuss. Hat für A gewollt. Immer noch bei B. Krämpf ich 2 gegen 1. Nikos, ich wüsste. Wollen Sie B. Okay, jetzt ist 1 gegen 1. Okay, jetzt ist 1 gegen 1. Okay. Schön. Oh, no, 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 no. Eben. 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 Ah, kein Saus. Komm, wie geht der noch wohnen? Ich wollte Punkte nicht vergessen. A und C ist wichtiger als B. Also einer von beiden. Ja, ich muss zu A hoch entscheiden. Da kommt einer. Die Transistor. Ist da. Frag. Brauch bei C Hilfe. Okay. Ich komm zu C. Da sind 2 Leute. Der Samurai macht mich so weg. Das ist unglaublich. Ja, der Flammenfaust. Kannst du nicht blocken, ne? Ne, ne, nicht den. Nicht den Sprung. Den weiß ich ja. Den hatten wir ja vorher noch. Ganz normale Schläge. Wir gehen alle durch. Yo. Nein. Ich bin da. Oh, ich bin so da. Ja. Revenge. Der haut ab. Ich fühl mich mit meinem Schall irgendwie mehr wie ein Boxer als ein Kämpfer. Nein! Jetzt komm schon wieder in die scheiße Meucheltante. Verpisst euch alle. Ja, der ist direkt. Sicher? Der hat nämlich glaube ich noch einen weißen Pixel da. Der hat grad muss 5 bekommen. Du hast Mr. Daz getriffelt. Ja. Wir kriegen halt die anderen Punkte. Wir können immer nur einen halten. Kann auch irgendwie nur an einem Seiten sein. Ja. Wir denken, es ist keiner mehr bei A jetzt. Ich nehm mich grad C. Ich nehm mich grad C. Ehrlich festgeholfen. Da ist wieder einer bei C. So, jetzt langsam aber langsam mit dieser Doppelaktion von denen hier. Ich bin down. Oh, bei B haben wir Maximum meiniert. Ich werd hier von zwei Leuten angegriffen bei B. Äh, C. Ich versuch zu C zu kommen, aber ich bin noch in der Base. Warte mal, A ist momentan komplett unten. Ich war zu greedy. Wollte ihn unbedingt runterstopfen. Oh fuck, der ist weg von C. Ne, der kommt unten in die Treppe. Der kommt unten in die Treppe. Wir haben grad A und B. A und B ist ja okay. Gibt gefeuert. Was? Zum Teufel, macht der da? Sorry. Aua. Der hat mich geboxt. Oh, die haben mich nach unten gelockt. Die haben mich richtig gelockt. Ist das bitter, Alter. Warte, wo bist du grade? Bin grad bei B. Ja, mach du die mit in den Slack. Ich tapp C. Da ist nämlich grad keiner mehr. Ich bin tot, einer kommt zu C. Bei A kam noch ein zweiter, aber einer ist richtig schlau. Einer läuft grad zu C, ne? Ja. Einer ist runtergekommen von A zu B. Ich hab hier wehen. Aber ich hab grad A ganz gut gehalten. Ich hab meinen Spot gehalten. Er bin tot. Sind das alles Gegner bei mir? Kann das sein? Ja. Drei Gegner bei mir. Auf C oder was? Ja. Ja, wir sind gleich ein 3 und 3. Ich weiß nicht, ob ich meine Bombe noch gebrochen hab. Nee, ich glaub nicht. Ich denk grad dann lieber B holen. Wir haben ja A. Also an alle anderen jetzt noch B und A. Einer hoch zu A. Der mal B. Ich muss sie nur einmal treffen. Ja, sie ist der auch. Oh, das ist gut. Nee, ich hab C. Äh, C. Meinschloch. Das ist gut. Die kommen jetzt zu euch, da könnt ihr von ausgehen. Ich tapp A. Ab jetzt haben wir kurzzeitig execute. Fuck, der ist da bei mir. Was ist das denn? Ich hab das doch geblockt von ihm. Wenn du das so früh drückst, kriegst du es ab. Ja, aber wir verlieren C, dann ist der wieder weg. Nee, C reicht sogar nicht mehr. Ja. Ich kümmere mich jetzt um die mittlere enemy Wave. Achtung, alle Minions sterben jetzt. Alle Bösen. Wir haben jetzt gerade einen Hard Push auf B. Okay, ich bin down. Ja, du kannst ja ein neues spawnen. Ja. Noch? Nee, noch lange. Wir müssen nur die zwei Punkte reinnehmen. Wir können jetzt sogar zwei Punkte verlieren. Um immer noch Sachen zu essen zu haben. Eine von denen ist tot, der wird jetzt wiederbelebt bei C. Ja, auf C geht gerade die Endparty ab. Da kommt auch noch gerade einer dazu von C. Ich bin tot, der hat mich hart gemacht. Drei leben noch. Einer ist bei mir. Bei wem? Was ist denn los, Alter? Nee, er und ist exekutiert worden. Wir haben nur noch Mr. Drace. Ja, aber der Typ hat mich halt umgebracht. Wo ist er denn? Vor deiner Flinte. Und ich hab ihn mit den Tod geweiht. Wo ist er denn? Letzter oder was? C ist letzter. Hat erstmal halben Balken mit einem angeverloren. Und nochmal. Stuck. Meine Klassiker, die ich dir im Tutorial gezeigt habe. Blocken, leichter Angriff und dann den unblockbaren. Blocken hier einer. Heidegger, ich hab kaum was da umbekommen. Aber war trotzdem eine schöne Runde. Es sind sehr wenig Leute gestorben in der ganzen Runde. Also es war sehr viel. Also ich bin die ganze Zeit umgefallen. Nee, auch du hattest nicht viele Tode. Es war sehr viel hin und her gelaufen. Ich muss sagen. Hat mir gefallen. Dafür, dass es eine schwere Gegner waren. Also hohe Gegner in dem Sinne. Einer ist auch vorher gelieft. Es sei aber gefallen, ne? Dann lassen wir uns noch oben da. Ich würde mich darüber freuen. Die anderen sehen euch auch. Schaut bei den anderen vorbei. Die sind in der Beschreibung verlinkt. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.